An der Leonhardskirche von Steffen Kosmann Gelesen von Kathi Frenzel An der Leonhardskirche gibt es schwäbische Maultaschen. Im Kindergarten gab es gebratene Fleischwurst, das schlimmste Gericht, das ich jemals gegessen habe. Eine Oma hatte Zähne und war Kommunistin, ich hab da ja keine Probleme mit. Da kannst du ein Perpetuum mobile draus machen. Ein Beamter darf dir nur drei Wurstscheiben geben, von rechts wegen nicht weniger. Aber ich hab ja ein Perpetuum mobile, da kann man Zähne haben. Zu Weihnachten gab es gebratene Maultaschen, da fallen dir alle Zähne aus. Von rechts wegen gab es keine Wurstscheiben. Am Tag kannst du nur fünf Stunden eine Kommunistin sein. Aber kein Perpetuum mobile, so wie meine Oma. Nie war ich im Kindergarten. Das Essen schmeckte mir zu gut. Nächsten Donnerstag gehen wir mit der Oma in den Zoo. Aber wir haben ihre Zähne verloren. Da helfen dir auch keine Milchbonbons. Zu Hause steht ein großer Karton mit Wurst. Aber ich hab keinen Schulabschluss. Im Kindergarten hatte ich ein Perpetuum mobile. Eine Fahrt mit der Bahn kostet deinen Verstand, da gibt dir jede Oma recht. Die Bahnfahrt kannst du aber auch mit Reis bezahlen. Aber von rechts wegen nur als Dienstleistung. Im Sandkasten findet man manchmal einen Schatz. Die Wissenschaft hat das eindeutig demonstriert. Das Perpetuum mobile ist nur eine Lüge. Meine Oma wusste das. Als ich sechs war, hast du mir meine Törtelsocke klaut. Taschengeld habe ich eh nie bekommen. Möglicherweise mag ich deswegen heute keinen Reis. Wenn du als Beamter heute Wurstscheiben und Maultaschen zählst, kommt dabei vielleicht irgendwann eine Perpetuum mobile heraus. Drei Mal war ich verheiratet. Einen Selbstläufer, wie mein Mann mir damals verriet. Meine Oma war da anderer Meinung. Eine Wurst hat sie mich genannt. Deswegen bin ich aus der Kirche ausgetreten und wurde Beamter. Dort habe ich ihre Zähne gegen Reis getauscht. Du glaubst doch nicht, dass ich damit ein Problem habe, oder? Bahnfahrer hätte ich werden sollen. Oder Beamter. Aber ich mag weder Reis noch Wurst. Maultaschen gab es immer. Aber ich bin ja aus der Kirche ausgetreten. Mit dem Perpetuum mobile. Das Volk hat alle Produktionsmittel in seiner Hand. Leider fehlt die Wurst, um ein Perpetuum mobile zu bauen. Wir sollten allen Omas Taschengeld geben. Oder Reis. Aber ich glaube, ich bin laktoseintolerant. Nicht einmal die Maultaschen schmecken mir noch. In der Bahn kann ich am besten lesen. Auch wenn ich alle meine Wurstscheiben an einen Beamten verkauft habe. Für die Zähne meiner Oma. Das Wasser an dieser Gegend tut weh an den Zähnen. Kein Wunder, dass die Leute damit ihren Reis kochen. Töpfe sind wie ein Perpetuum mobile. Aber du verstehst das wieder nicht. Die Bahn kommt sowieso immer zu spät. Auf meine Oma muss man immer warten. Ich habe da ja kein Problem mit. Gar nicht. Aber die Wurst wird Beamter. Auf dem Spielplatz war ich immer allein. Meinen Freunden habe ich aber gesagt, fahr nicht mit der Bahn. 30 Jahre habe ich gebraucht. Gegen meine Oma kommst du nicht an. In der Steinzeit waren Zähne ein gültiges Tauschmittel. Ob man einen Tiger essen kann? Du glaubst mir das wieder nicht. Meine Oma erzählt schon lange keine Geschichten mehr. Der Zug ist abgefahren. Von rechts wegen hat jede Oma Zähne. Ein Beamter macht ein Perpetuum mobile. Für deine Dienstleistungen darfst du nur den Gegenwert eines Reiskorns nehmen. Aber selbst dafür bist du zu blöd. Gute Fahrt! Gute Fahrt! Gute Fahrt! Gute Fahrt! Gute Fahrt!